yo friends aus derselben runde wieder ich auch gerade die folge beendet habe geht es jetzt instant weiter mit den letzten 10 11 der pdwr 10 level und dann haben wir die pdwr auch abgeschlossen ich bin auch auf dem oder hier also man sieht auch schon man macht euch, ich mache auf jeden fall auch gute spielchen da diese 880 ist jetzt nicht das was ich für die waffe bekommen jetzt so gesehen sondern was ich jetzt so gesehen durch die ganzen kills zum top EZ 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 sie sieht das war ganz sehr easy aber ich bin ehrlich ich glaube ich rüste die Waffe mal kurz ein bisschen auf gleich ähm dafür drücke ich jetzt eben 0 und dann 8 und 9 dann d d d d d d Oh, die brauche ich nicht mehr. Oh, 65 Level hat die sogar, okay. Genau, an Level 70 erst wenn man dieses Teach hat. Aber das dauert noch bis ich das hab. Wahrscheinlich. Aber jetzt haben wir ein 75er Mech. Das ist sogar noch krasser. Oh, warum würde ich das so ein bisschen... Oh, er will gerade nicht so ein bisschen. Ah, okay, er kommt nicht auf die Map, ja, so ein bisschen. Aber das hindert mich jetzt nicht daran, äh, hier zu ballern. Ne, gar nicht wahr, ne, 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 alles gut. Die hat auch nur 55 Level. Ich hab' ja nachgeguckt. Äh, Level 60 ist auch ein extra Upgrade, das man kaufen muss. Level 60 für diese Waffe erhält man auch nur, wenn man irgendwas holt noch. Und die Map ist auch irgendwie blöd, so. Weil, ja, hier sind jetzt die ganzen Dinger schon, ne, die ganzen Maschinengewehre sind hier schon aktiviert. Das nervt mich ein bisschen auf der Map. Mal auch unten. Ich spiel' mit Knifer. Gott, los. noch oben. Ah, doch, jetzt hat das. Jetzt hat das ich so'n bisschen, so. Lämmer boxen. Ah, vier Level noch. Dann haben wir die Waffe auch komplett durch. Lämmer boxen. Dann können wir der nächsten starten, dann. Wenn ich dann wieder aufnehme. Sonst gibt's das andere Video noch unbenannt. Mann. Mann. Die Range ist ja hoch. Weil ich da jetzt mit hab. Mann. Mann. Überleg sich mal. ich hab jetzt ein 75er magazin also klar das ist nicht normal normal hätte ich jetzt glaube ein 45er wenn mich nicht alles täuscht aber kann man machen wovon nicht ja 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 als das ist natürlich auch am und ließ ich nicht so gerne das ging schon ich treffe gar nichts muss man Oh, ja. Hier kommt man schon, folks. Ja. Ah, guck an, haben wir gleich geschäft. Oh, ein Löffel. Das war mir auch spannend. und mit 24 und ich bin immer noch das was ich hier starr also zumindest was nur und gilt die haben wir schon auf Komm mal, ja. Ah, noch mal noch. eine schlussung an das magazin da wo das ist von ihm von mir ja haben wir es Jawoll Leute, wir haben es geschafft, Level 55 Waffe ist cool Normaler, ich könnte jetzt noch weitermachen, bis der gelbe Schreiben da voll ist Aber 55 ist Max Level Leute, ich würde sagen, das war's, was euch gefallen hat Lasst gerne Like und Abo da Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Weapon wieder Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal Bis dann 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 Bis dann